So, also wir kommen in den zweiten Teil der Session heute. Es geht jetzt darum, mal auszuprobieren die Plattformen, die wir nächste Woche verwenden im Barcamp. Ihr habt bestimmt auch gesehen, dass ihr schon Sessions einreichen könnt. Also bis Sonntagabend 0 Uhr können noch Sessions eingereicht werden. Den Link zu dem Formular habt ihr bestimmt bekommen. Wenn nicht sagt Bescheid, dann posten wir den auch nochmal. Heute geht es jetzt darum, wirklich mal die Plattform auszuprobieren, weil wir davon ausgehen, dass ihr alle Team-Sessions machen könnt und Zoom-Sessions machen könnt, aber eben die wenigsten wahrscheinlich auf so einer Audio-Chat-Plattform waren. Vielleicht Clubhouse, aber so eine Plattform wie wir verwenden, Ampel in dem Kontext noch nicht. Die Doris fragt, wo man die eingereichten Sessions sieht, die werden wir am Sonntagabend dann publizieren zum Voten, wenn es mehr sind. Wir werden eine Runde Sessions auf jeden Fall vorab schon machen, dass das Programm steht, weil wir glauben, dass das in Audio-Only mit einem kompletten Pitch ein bisschen anstrengend ist. Man wird aber vor Ort quasi dann die Möglichkeit haben, noch dynamische Sessions dazu zu pitchen. Wir können genug Räume aufmachen in dem Tool. Also dann schauen wir hier mal rein. Ich habe hier noch als Hinweis drin, hatte ich vorhin gar nicht gezeigt. Alles mit Aufzeichnungen hatte ich gesagt. Wir veröffentlichen die. Wir suchen noch eine Handvoll Studenten, die das Recording in den Räumen übernehmen. Die müssten einfach in einem Raum bleiben die ganze Zeit. Also die Sessions, die da stattfinden hintereinander, teilnehmen und die Sessions dann aufnehmen, weil wir die Sessions über einen Podcast auch dokumentieren wollen. Falls da jemand in der Organisation oder irgendwo Leute kennt, die Lust haben, gegen ein Freiticket quasi so einen Recording-Job zu übernehmen, gerne die Info weiterleiten. Die sollen sich einfach bei mir oder uns oder über Twitter melden. Dann nehmen wir da Kontakt auf. Also gehen wir mal in die Innereien. Was braucht man? Diese Comble-Plattform, die nennen wir bei uns so, dahinter steckt Mumble. Das ist ein Audio-Chat-System, was die Leute, die vielleicht Gaming machen oder die Kinder haben, die Gaming machen, kennen, die eben in sehr hoher Qualität Audio-Chats ermöglicht. Damit ihr nächste Woche teilnehmen könnt, braucht ihr entweder die Desktop-Version von Mumble. Die gibt es für Mac und Windows und Linux. Wer keine Software installieren darf, gibt es bei Windows auch eine Portable-Version oder eben eine mobile App. Die gibt es für Android und iOS. Da zeige ich auch gleich noch, was wir da empfehlen. Wir haben ein paar getestet vorher. Es gibt keine Möglichkeit, über den Browser teilzunehmen. Es gibt keine Browser-Version. Wir haben eine ausführliche Anleitung gemacht. Wir werden zum Camp dann eigentlich auch nochmal eine etwas kürzere Anleitung zusammenstellen mit den wichtigsten Infos, dem Wesentlichen das, was ich euch jetzt auch in der Präsentation hier zeige. Und an ein paar Stellen ist es schon erwähnt worden, wir wollen schauen, dass wir möglichst gute Audio-Qualität bei dem Camp haben. Also sprich, Mikrofon nah am Mund, am besten Headset verwenden oder eben so Mikrofone, wie wir die heute gesehen haben. Richtige Podcaster-Mikrofone. Kopfhörer sollte man immer aufhaben. Also Mikrofon und Lautsprecher in einem Raum ist schwierig, weil es dann Rückkopplungen gibt oder Hall gibt. Kabel ist immer besser als Bluetooth. Bluetooth bringt mehr Latenz rein, da fällt man sich öfter ins Wort. Also die Kabelverbindung ist da vorzuziehen. Und es gibt ja dieses schöne Schlagwort von Zoom-Fatigue. Also wir sind ja alle gefühlt jetzt ein Jahr lang in Videokonferenzen. Das heißt, man sitzt den ganzen Tag vorm Rechner, vorm Bildschirm. Und wir wollen dazu ermuntern, weil Sitzen ja der neue Krebs ist, gerne auch an dem Barcamp teilzunehmen von draußen. Also einfach von unterwegs, im Wald, wo auch immer. Wenn man mit dem Smartphone teilnimmt, ist das kein Problem. Das wollen wir ermöglichen. Man kriegt da ein kleines Problem, wenn man solche Mikrofone rausnimmt und es ist ein bisschen windig. Dann kriegt man so ganz harte Windgeräusche. Und da steht tote Katze. Ihr sollt aber auf keinen Fall eure Haustiere schädigen. Die tote Katze ist so ein ganz kleiner Puschel. Den kennt ihr vielleicht aus der Tagesschau. Den kriegt man für ein paar Euro auf Amazon. Den steckt man dann vorne auf das Mikrofon drauf. Oder man bastelt sich den, so wie man früher eine Bommel gebastelt hat. Braucht aber sehr dünne Fäden. Und das nimmt quasi das gesamte Windgeräusch vom Mikrofon runter. Also da kann man bei recht heftigem Wind draußen sein, ohne dass man ein Störgeräusch auf dem Mikrofon hat. Das nur nochmal so als Tipp. Für die, die mobil teilnehmen wollen, wir haben die Apps mal getestet. Also auf iOS, seht ihr links, würden wir die ganz normale Mumble App empfehlen, die offizielle. Es gibt eine Alternative, die heißt Mumbleify. Die ist ein bisschen schicker aufgebaut. Die Mumble App sieht so ein bisschen altertümlich aus, funktioniert aber gut. Mumbleify muss man, glaube ich, einen Euro oder zwei zahlen. Ansonsten tut die einem in ein paar Minuten Abstand eine Werbung einspielen. Also das ist genau die Monetarisierung über Werbung, die man bei Podcasts gerade gehört hat. Also mit der ganz freien Version macht es, glaube ich, keinen Spaß, am Barcamp teilzunehmen. Wer auf Android unterwegs ist, dort hat sich Mumble als beste App rausgestellt. Als Alternative gibt es dort Plumble noch und wahrscheinlich noch weitere, aber das waren so die zwei, die am besten hervorgestochen haben. Genau, wir haben, um so ein bisschen Orientierung zu geben, so eine Parallele aufgebaut zum Marina Bay Sands Hotel kennt, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel in Singapur. Also die Grundidee ist, dass wir in dem Mumble selber die Räume aufgebaut haben, wie es in so einem Konferenzhotel wären, wenn wir dort das Barcamp machen würden. Also ihr seht da rechts, man kommt unten rein, man kann an eine Rezeption gehen, dort wird die Susan dann nachher sein und euch helfen können, wenn es Probleme gibt. Es gibt eine Bar, wo man sich unterhalten kann. Es gibt dann ein Plenum, wo die Anmoderation und Vorstellungsrunden so stattfindet. Es gibt die Sessionräume, das zeige ich auch gleich nochmal im Detail ein bisschen. Und wie man hier oben sieht, es gibt einen schönen großen Dachgarten, wo man sich niederlassen kann, wo wir auch einen DJ haben, der Musik spielt. Und wo man sich eben auch in Gruppen treffen und austauschen kann. Also das ist so die Idee, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das mit den Räumen funktioniert. Genau, also wenn ihr da reinkommt, dann nachher, ihr landet in unserem Gebäude, in einem Kumble Bay Sands Hotel. Ihr könnt einfach, indem ihr doppelt klickt auf einem anderen Raum, die Räume wechseln. Also da ist man wirklich ganz schnell in einem Bruchteil von einer Sekunde von einem Raum im anderen. Da kann man sehr schnell hin und her springen. Wir haben in dem Plenum, also da, wo wir die Anmoderation und so machen, die Besonderheit, da gibt es drei Räume. Es gibt eine Bühne, ein Publikum und ein Saalmikrofon. Bühne sind quasi nur die Moderatoren. Da kommt ja gar nicht drauf von der Berechtigung. Publikum kann man sozusagen allem zuhören. Wer was sagen will, sich vorstellen will, Sessions pitchen will, der wechselt einfach kurz an das Saalmikrofon und dann wieder zurück ins Publikum. Saalmikrofon können dann alle im Publikum hören und alle auf der Bühne hören. Das ist ein bisschen eine Besonderheit in Mumble, dass man da so Räume untereinander verschalten kann. Dass wir da nicht mit Berechtigungen groß steuern müssen, sondern dass man so, wie das beim Barcamp auch ist, auch reinrufen kann und sich da eben am Mikrofon anstellen kann sozusagen. Genau, es gibt ein Textchat. Also jeder Raum hat an der linken Seite oder nachdem wir das konfiguriert, kann man auch unten machen, ein Textchat, wo man Links austauschen kann oder Infos, Fragen stellen kann. Das gibt es in jedem Raum zusätzlich. Man kann sich selber stumm und taub stellen. Also man kann sich muten. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Es gibt so verschiedene Modi, in denen man sich quasi sprachaktiv schalten kann. Da komme ich gleich noch dazu. Und auch noch eine Besonderheit. Man kann aufzeichnen. Also jeder, der einen Desktop-Client verwendet, kann überall, wo er ist, aufzeichnen. Das werden wir am Barcamp-Tag selber auch nochmal sagen. Wenn ihr Sessions pitcht, ist da ein Haken drin. Da steht, ob ihr der Aufzeichnung der Session zustimmt. Wir wollen die Sessions idealerweise nachher als Podcast dann veröffentlichen. Wenn ihr sagt, wir wollen irgendwie über die größten Fuck-Ups bei Podcasts mit Vorstandsvorsitzenden sprechen, macht ihr den Haken einfach raus. Dann wird die Session nicht aufgezeichnet. Aber das hängt nicht an einem bestimmten Recht. Das heißt, jeder, der in Mumble drin ist, kann aufzeichnen. Da würden wir euch einfach bitten, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr was aufzeichnen wollt, dann fragt vorher alle, die im Raum sind, ob das okay ist. Dass nicht, so wie das bei Clubhouse passiert ist, da auf einmal Mitschnitte landen und es dann Ärger gibt, weil Leute nicht wussten. Man sieht es auch, rechts am Rand taucht hier dann so ein kleines Mikrofonsymbol auf, wenn in irgendeinem Raum aufgezeichnet wird. Genau, ein paar so wichtige Hinweise, Tipps und Tricks noch. Wenn man den Mumble-Client installiert, ist da standardmäßig was eingeschaltet. Das heißt, Text zur Sprache. Das bedeutet, das Mumble glaubt euch, alles, was passiert, vorlesen zu müssen auf Audio. Also, wenn jemand einen Raum betritt, wenn jemand einen Raum verlässt, wenn jemand was in Chat schreibt und das nervt unheimlich. Das heißt, das Erste, was man normalerweise macht, ist, ins Menü zu gehen und dieses Text zur Sprache auszuschalten. Und was auch noch ist, dieser Text-Chat, den ich erwähnt habe, auf der linken Seite, der ist sehr noisy. In den mobilen Apps nicht, aber auf dem Desktop. Das heißt, da wird ganz viel, jeder, der in den Raum betritt und rausgeht, wird dort als Chat-Nachricht gepostet. Das heißt, da kann man einmal in die Einstellungen gehen und bei den Nachrichten all die Haken hier rausmachen und eigentlich nur noch die Haken drin lassen, dass Text-Nachrichten, private Text-Nachrichten im Chat auftauchen. Vielleicht noch dieses, weiß nicht, ob man das lesen kann, jetzt im Screen-Share, im Outlook-Termin habt ihr den Link zu den Folien. Da steht Erlaubnis verweigert. Also, wenn ich jetzt auf die Bühne zum Beispiel klicke und habe kein Recht, auf die Bühne zu kommen, dann steht im Chat, sie haben keine oder das keine Erlaubnis, die Bühne zu betreten. Und wenn ich das nicht anhabe, dann wundert es mich vielleicht, weil ich nicht in den Bühnenraum komme. Also, die untersten drei lasse ich in der Regel eingeschaltet als normaler Nutzer, die oberen mache ich raus. Genau, dann zu den Sprachmodi. Anders als es bei so einem Videokonferenz-Tool gibt es drei Möglichkeiten, wie man sprechen kann, nicht nur zwei. Das eine ist der sogenannte kontinuierliche Modus. Das heißt, alles, was ich sage, wird quasi auch in den Raum reingesendet. Das nimmt man in der Regel dann, wenn man eine kleine Gruppe ist zum Beispiel. So, wir haben im Orga-Team uns jetzt auch immer schon in Mumble getroffen. Da stört es auch nicht, wenn mal irgendwie ein Klappergeräusch ist oder so. Das macht es eher authentisch. Wenn man jetzt eine Session hat mit 20, 30 Leuten, könnte es sein, dass das anstrengend ist. Da kann man dann kontinuierlich einstellen und den Leuten aber dann zumindest sagen, wenn ihr nichts sagt, macht euer Mikrofon aus, dass man eben nicht zu viel Hintergrundgeräusch hat. Gerade, wenn jemand im Wald vielleicht oder draußen auch unterwegs ist. Dann gibt es die Sprachaktivierung. Das bedeutet, dass Mumble versucht zu erkennen, wenn ich spreche. Das ist, ich habe es mal reingeschrieben, relativ fieselich einzustellen. Also da kann man in Mumble so Grenzen einstellen. Ab wann wäre ich sozusagen erkannt, als ich spreche? Ab wann macht das Mikrofon wieder zu? Könnt ihr mal ausprobieren, ob das was für euch ist? Ich habe da ein paar Mal schon dran rumgestellt, habe es nicht so richtig gut hingekriegt. Gut. Susan hat eine ziemlich gute Lösung, bei der funktioniert es sehr gut. Also das wäre die Sprachaktivierung. Und dann gibt es noch den Modus, kennt ihr vielleicht von so Walkie Talkies früher, Push to Talk. Also das bedeutet, wenn ich sprechen will, drücke ich auf den Knopf. Wenn ich nicht mehr sprechen will, lasse ich den Knopf los. Das hat man vielleicht hier in der App vorhin gesehen. Moment, ich springe mal gerade zurück. Da ist jetzt hier in der iOS-App zum Beispiel unten so ein Mund, der ist standardmäßig grau. Wenn ich drauf drücke, wird er rot, dann kann ich sprechen. Und wenn ich ihn wieder loslasse, wird er wieder grau und dann bin ich stumm geschaltet. Das ist ganz gut, wenn ich in einer Session drin bin, wo ich relativ selten nur was sage oder mich melde, hauptsächlich zuhöre. Weil manchmal passiert dann das sonst, dass man voller Elan anfängt loszusprechen, hat vergessen den Push to Talk Knopf zu drücken. Oder man lässt ihn zu früh los und dann ist der letzte Teil des Satzes abgehakt. Also da gibt es kein, nichts, wo wir jetzt sagen, ihr müsst es so oder so machen, sondern probiert es einfach aus, wie es für euch passt. Und habt vielleicht Bewusstsein dafür in der Session, wenn dann viel Lärm ist oder so, oder es oft Abreißer gibt, wie man das umschalten könnte. Wichtig noch der Hinweis für den Desktop. Bei Push to Talk muss man zusätzlich in den Einstellungen einen Tastenkürzel festlegen. Also man muss in der Einstellung sagen, welche Taste auf der Tastatur ist denn die, die ich drücke zum Sprechen. Da ist hier so der Tipp, irgendeine zu verwenden, die man nicht nutzt, wenn man im Chat schreibt. Also ich habe am Anfang mal, als ich das erste Mal ausprobiert habe, so eine Shift-Taste links verwende. Dann habe ich im Chat geschrieben und immer, wenn ich Shift gedrückt habe, war quasi mein Mikro kurz zu hören und dann wieder aus. Also deswegen ist hier jetzt bei mir Mumble zum Beispiel die rechte Steuerungstaste, weil die verwende ich eigentlich nie. Die nutze ich dann eigentlich nur, um zu sprechen. Genau, was ihr machen könnt auch, das ist im Menüpunkt selbst. Ihr könnt euch da ein Profilbild hochladen. Avatar heißt das in Mumble. Das heißt, wenn man dann mit der Maus über euren Namen geht, wird dann ein Bild sichtbar. Und ihr könnt, heißt auch ein bisschen komisch, Kommentar. Ihr könnt euch so einen kleinen Profiltext oder Bio geben, so ähnlich wie man das auf Twitter macht. So ein paar Zeilen, die ihr euch beschreibt. Vielleicht, wenn ihr viele Leute trefft, die euch noch nicht kennen, ganz nett, dass man so ein kleines Profil sozusagen hat innen drin. Müsst ihr aber nicht. Genau, dann noch was Wichtiges. Beim Barcamp ist das so, beziehungsweise wenn man Barcamps in Videokonferenzen macht, hat man immer das Problem, man legt so Räume an für die Sessions. Und das, was so ein eigentliches Barcamp ausmacht, ist ja, dass ich mal in der Cafeteria zusammensitze und in einer kleinen Runde quatsch. Oder ich gehe aus einer Session raus und habe noch was zu bereden gemeinsam oder so. Und dafür sind dann meist nicht genug Räume da, weil in so einer Videokonferenz ja immer nur einer sprechen kann. Und deswegen gibt es bei Mumble dieses schöne Feature, dass man jedem das Recht geben kann, temporäre Räume selber aufzumachen. Das heißt, ihr könnt an fast allen Stellen in unserem Comble Bay Sands rechte Maustaste klicken, Raum hinzufügen machen. Könnt ihr mir Namen geben, Name wie ein Thema oder was weiß ich, Gesprächsrunde von Susanne oder so. Und sobald ihr dann sagt, legt den temporären Raum an, werdet ihr da automatisch reingezogen in den Raum, sei dann da drin. Dann können Leute dazukommen. Sobald die letzte Person den Raum verlassen hat, löst sich der Raum einfach wieder auf. Dann ist der weg. Und das kann man halt schön verwenden, so ähnlich wie jetzt so, was weiß ich, in einem Flur oder so, so Zweier, Dreiergruppen stehen, dass man da sozusagen untereinander sprechen kann, temporär und das dann wieder auflösen kann. Man kann dem auch eine Obermenge geben, also maximal zwei Teilnehmer, maximal drei Teilnehmer. Wenn man sagt, jetzt haben wir mal privat was zu besprechen, könnte ich jetzt sagen, ich mache einen Raum für zwei auf, sage dem Benedikt, komm da rein, lass uns kurz sprechen. Wenn der Benedikt drin ist und ich, dann kann kein Dritter mehr rein, weil die Obergrenze erreicht ist. So wird, wir haben von der Manager-Seminare eine Journalistin dabei, die will ein paar Interviews führen mit Leuten, wie das denn so ankommt. Dieses Audio-Only-Barcamp, die wird das genauso machen, so kleine temporäre Räume. Da drin dann sprechen, Aufzeichnungen machen, damit da keiner stört, stellt sie quasi die Benutzeranzahl auf zwei. Genau, wie läuft jetzt dieser Soundcheck ab? Wir haben im Prinzip freie Zeiteinteilung, also von jetzt bis 15.30 Uhr könnt ihr testen, wann und wie ihr wollt. Richtet euch das ein, schaut, dass ihr euch sicher fühlt bei Fragen und Problemen. Die Doris bleibt hier in Teams als Ansprechpartnerin. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich kriege schon gar nicht das Mumble auf meinem Desktop installiert, dann kann man da mal den Bildschirm teilen und kann da versuchen zu helfen. Susan geht entsprechend rüber in den Raum, in das Kompel selber und ist dann dort an der Rezeption. Also wenn ihr es rüber schon geschafft habt und dort Fragen habt, geht zur Rezeption und fragt dort. Ich werde immer so ein bisschen hin und her springen, wo ich gerade helfen kann. Wenn ihr dann sagt, fühle ich mich sicher, klappt, funktioniert, schleicht euch einfach raus. Wir machen um 15.30 Uhr nicht mehr so einen gemeinsamen Abschluss oder so, sondern es geht nur darum, dass ihr in die Lage versetzt seid, sozusagen jetzt alles zu tun, was ihr dann nächste Woche braucht. Genau, mit den Sessions und Aufzeichnungen hatte ich schon gesagt. Jetzt das Wichtigste noch, damit ihr in den Server reinkommt, braucht ihr Zugangsdaten. Die stellt man sich auf den mobilen Clients, also iOS-weise muss man diese bei den favorisierten Servern einen hinzufügen und die Daten eintragen. Bei den Desktop-Clients wird man das gefragt und muss das eintragen. Also unser Combo-Server liegt auf der Domain meet.cognion.de. Der Port ist schon eingestellt normalerweise, falls nicht, ist es dieser, 64738. Den Benutzernamen, den ihr verwenden wollt, den könnt ihr frei wählen. Die einzige Einschränkung ist keine Leerzeichen. Also wenn man Leerzeichen eingibt, haben wir letzte Woche gelernt, gibt es teilweise eine Fehlermeldung. Bei manchen Clients gibt es aber auch einfach nur, das Fenster verschwindet, aber man kommt nicht rein. Das Passwort für heute ist audio-rocks, kleingeschrieben. Für nächste Woche kriegt ihr es dann für das Barcamp zugeschickt. Da werden wir am Montag oder am Dienstag die Zugangsdaten verschicken. Da ist es anders. Die Bezeichnung könnt ihr euch frei vergeben. Standardmäßig steht der Server drin. Ihr könnt da Combo reinschreiben. Ihr könnt auch irgendwas anderes reinschreiben. Dann klickt man in der Regel hier auf OK und ist dann im Server sozusagen drinnen. Dieser Foliensatz, den ich jetzt gezeigt habe, die den Outlook-Termin gekriegt haben, über die Einladung, da habe ich den heute kurz vor der Session jetzt noch verlinkt. Also den habt ihr hier drin. Wir können aber gerne auch den Screen hier geshared lassen, dass ihr jetzt quasi das von hier übertragen könnt. Ja, so viel von meiner Seite. Wenn es jemand noch Fragen hat, gerne die Hand heben, dann können wir die noch beantworten. Ansonsten würde ich euch einfach motivieren, um das jetzt mal auszuprobieren. Also quasi für eure Plattform Mumble sich mal zu besorgen, die Daten einzugeben, zu schauen, ob ihr reinkommt. Dann gerne drüben ein bisschen quatschen. Wenn ihr Fragen habt, drüben dann auch in Combo zur Susan gehen und fragen. Und ich würde jetzt auch mal, ich warte jetzt noch einen Moment, ob jemand direkt hier Fragen hat, zu dem, was ich gesagt habe. Und ansonsten würde ich auch rübergehen mal. Nur noch ein kleiner Hinweis. Niemand denkt daran, dass ihr hier vielleicht auch rausgeht. Weil wir hatten das jetzt ein paar Mal, dass dann jemand in beiden Konferenzen aktiv gesprochen hat und wir eigentlich gar nicht genau wussten, mit wem er jetzt spricht. Also wenn ihr da drüben angekommen seid, mutet euch hier oder schmeißt euch hier aus der MS Teams-Sitzung raus. Der Rest findet sowieso alles drüben statt. Okay? Perfekter Hinweis. Genau. Soll ich die Folie hier geteilt lassen, Doris, oder soll ich sie ausschalten? Die ist eigentlich ganz gut, genau. Okay. Die ist eigentlich ganz gut. Und das ist eigentlich ganz gut.